Clementina Hofminowa war eine polnische Schriftstellerin, sie war die Begründerin der polnischen Kinder- und Jugendliteratur. Leben und Werk Clementina Hofminowa, geborene Tanska, entstammte einer kleinartigen polnischen Familie und war die dritte Tochter des Autors Ignacy Tanski und seiner Gemahlin Marianna Cempinska. Als kleines Kind wurde sie als ihr Vater 1802 in den Dienst am Hof der Magnatenfamilie Czarte Rishi in Polawi eintrat, von ihrer Familie getrennt und bei Verwandten einquartiert. Dort genoss sie eine sorgfältige, wenn auch mehr französische als polnische Erziehung. Einige Zeit nach dem am 15. August 1805 erfolgten Tod ihres Vaters übersiedelte sie als Zwölfjährige zu ihrer wieder in Warschau lebenden Mutter sowie ihrer Großmutter. Nun machte sie gründliche Studien der polnischen Sprache, Literatur und Geschichte. In der Folge übte sie als einer der ersten Frauen in Polen den Beruf einer Autorin aus, während damals nur wenige Frauen dieses Landes überhaupt literarisch aktiv waren. 1818 verfasste Clementina Tanska sechs historische Novellen und wurde bereits im Folgejahr mit ihrem ersten Roman Pamiatka Podobremetsche, Silai Ostadni JTJ Radidella Korki eine der beliebtesten Schriftstellerinnen für Kinder und Mutter. Das einen Leitfaden für die Mädchenerziehung darstellende Werk erlebte viele Neuauflagen und wurde von der Regierung Kongress Polens sogar zur Grundausstattung von Mädchenschulen erklärt. Die Autorin vertrat darin den Standpunkt, dass Bildung den Frauen in erster Linie praktische Fertigkeiten für das Leben vermitteln solle und sie trug durch ihr literarisches Schaffen, wesentlich dazu bei, dem Utilitarismus in der Frauenbildung in Polen Popularität zu verschaffen. Des Weiteren schrieb sie die Kindererzählungen Amelia Matka und Wiazani Hielinki, nachdem die von Russo beeinflusste Clementina Tanska mit ihrem ersten Roman den Durchbruch geschafft und 1823 eine hohe staatliche Pekuniäre Unterstützung erhalten hatte, gründete und redigierte sie nach dem Vorbild von Christian Felix Weißes der Kinderfreund seit 1824 die erste polnische Kinderzeitschrift Rosryfki, D. L. L. Lacietsi, dieses bis Ende 1828 publizierte, sehr populäre Monatsblatt vermittelte neben moralischen Werten auch polnisches Nationalbewusstsein. In der Kinderzeitung erschienen auch die beiden Romane Lista Heltzbieti, Schätzczycki, Ezovicienik, Franziski, Kassin, Schiaiwi, Ostad, Nichladach, Panovania, Augusta III, Pisani. Letzteres Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem in Englisch und Deutsch. Die Regierung übertrug Clementina Tanzka 1824 die Aufsicht über vier Mädchenschulen in Warschau. Im nächsten Jahre wurde sie Lehrerin für weibliche Moral am neu errichteten ErzieherInnen-Institut in derselben Stadt, wo erstmals polnische Lehrerinnen ausgebildet wurden. 1827 erhielt sie das gut entlohnte Amt einer Oberaufseherin über sämtliche Mädchenschulen in Warschau. 1829 heiratete sie den Juristen und Schriftsteller Karol Boromäus-Hoffmann und nannte sich nun meist Clementina Tanzka-Hoffminowa. Nach dem Ausbruch des Warschauer Novemberaufstands 1830 der zur Erlangung der polnischen Unabhängigkeit von Russland führen sollte, gründete Clementina Tanzka-Hoffminowa eine Frauenorganisation zur Sammlung von finanziellen Mitteln und Hilfsgütern für ihre rebellierenden Landsleute und widmete sich auch der Pflege im Kampfe Verwundeter. Sie folgte ihrem Gatten 1831 nach der Unterdrückung des Aufstands zuerst nach Dresden sowie 1832 ins Exil nach Paris. Dort beschäftigte sie sich mit literarischen Arbeiten und der Erziehung der Kinder der polnischen Immigranten, hatte aber auf das politische Leben ihrer exilierten Landsleute keinen großen Einfluss. Aus dieser Zeit stammten ihre größeren Schriften Carolina, 3 B.D.E., Leipzig 1839, Umoralen Oschidi Elakobit, Krakau 1841, Christina, Leipzig 1841, Jan Koch-Hannowski-Weschan-Ulisi, Leipzig 1842, 1844, Opis Préhens du PRZTZ Niemcy, Leipzig Breitkopf und Hertel 1844, Clementina Tanzka-Hoffminowa unternahm während der Zeit ihres französischen Exils mehrfach Reisen in der Schweiz, in Deutschland und in Italien. 1845 kehrte sie nach Paris zurück und er lag am 21. September dieses Jahres im Alter von nur 46 Jahren den Folgen einer schweren Krankheit. Sie ist auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise bestattet. Ihr literarischer Nachlass erschien in neun Bänden, wobei die ersten drei Bände ihre Memoieren. Der vierte bis sechste Bändauszüge aus ihren Vorträgen in Warschau über die Pflichten des weiblichen Geschlechts, der siebte Bänd moralische unter anderem Sentenzen aus ihrem Tagebuch sowie der achte und neunte Bändauszüge aus verschiedenen Schriften, enthalten. Eine neuere Gesamtausgabe ihrer Werke besorgte N. Z. Michowska.